Hallo, ich bin Nino Schurter. Ich wurde von Cornercard gefragt, ob ich ein Objekt für eine Charity-Auktion habe. Sehr gerne habe ich hier einen WM-Prikot, den ich persönlich unterschreiben werde. Weisst du, was noch viel besser ist? Ich warte, bis ich weiss, wer das bekommt und werde es dann persönlich widmen. Viel Spass bei der Auktion und viel Erfolg!